Kommen wir jetzt zum zweiten Auswertungsblock, Glas Standard gegen Glas Premium und hier sieht es jetzt so aus, die 92,5 Liter der Standardklinge, mittlerer Verbrauch Liter pro Stunde, bezogen auf 110 Hektar. Bei der Premium Klinge bin ich dann im Verbrauch um 3 Liter pro Stunde niedriger, habe allerdings 170 Hektar Fläche gemacht. Das hängt damit zusammen, durch diesen sogenannten Selbstschärfeffekt wird diese Klinge scharf gehalten, sie verändert sich nicht. Die Qualitätskontrollen der Premium Klinge aus dem Vorjahr zeigen, dass wir eine scharfe Klinge dann auch noch nach 700, 800 und vielleicht sogar ein paar Hektar mehr haben.